Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, hoch verehrte Gäste. ARIET an der Hochschule, das ist ein völliges Novum in ganz Deutschland. Das hat es eigentlich noch nie gegeben. Wie kam es überhaupt zu Verstand? Also wir wollen versuchen, Kunst und Kultur plus die Wirtschaft zusammenzubringen, damit unsere Studenten wissen, wenn sie später mal als Veranstaltungsmanager oder Verantwortliche an der Kulturförderung für Unternehmen arbeiten, damit sie wissen, wie ändere ich Künstler, wie gehe ich mit denen um, die Tickenkünstler, dass erfolgreiche Projekte rauskommen. Die verschwindende Bowlingkugel mit diesem Trigger und so eine Weltsensation erworben. Ablauf. Sie präsentieren die Bowlingkugel als ganz gewöhnliche Bowlingkugel. Haben wir gemacht. Sie zeigen das weiße Tuch, präsentieren es als leer. Mit einer noncharmotten Bewegung bedecken Sie die Bowlingkugel. Eine kleine Handbewegung bringt Sie zum Verschwinden. Okay. Ja, Sie müssen halt auch den Kopf einziehen. Das Spiel ist ja, Sie ziehen Sie ruhig. Nein, ehrlich, machen Sie ruhig. Kopf kurz geht schon, ja. Ja, ich muss jetzt kurz auf die Bühne gehen. Jetzt zieht es alle den Kopf ein und dann passt es schon. Erst drehe ich mich. Achtung, jetzt drehe ich mich. Kannst Sie auch meinen Kopf einziehen? Ja, nein. Und jetzt der rechte Fuß auf das rechte Pedal. Und jetzt mit ganz viel Gefühl, Markus. Du hast ja deine Kinder schon dabei, nicht? Aber ich habe ganz vergessen, dass du nicht nur von Suppe gelebt hast. Und jetzt vorwärts, Markus. Schau, lass dich vorwärts. Ja, toll. Ja, Markus. Hopp. Lächeln. Ja! Ja, das ist ja geschafft. Ja, das ist ja geschafft. Ich habe mir eigens für meinen Schluss-Trick Magnete einoperieren lassen, um mir noch ein unglaubliches Wunder präsentieren zu können. Und ich bin immer heilfroben, wie auch funktioniert. Meine Damen und Herren, das waren die Glanzstücke in Künzelsau in der Rhein-Kold-Würth-Hochschule. Ich bin immer heilfroben. Ich bin immer heilfroben. Untertitelung des ZDF, 2020